Wir sind hier in der Bucht von Portsmouth. Der Hurrikan hat hier ganz schön gewütet und gerade ist das Wetter leider miserabel. Aber die da hinten haben zumindest gute Laune. Der letzte Tag des Jahres. Herrliches Wetter. Happy New Year! Schade weg. Da oben flog gerade eine Leuchtsignalrakete. Das einzige Feuerwerk tatsächlich hier auf Dominika. Was ist am Ende des Regenbogens? Am Ende des Regenbogens ist der Fahrrad anstatt. Ja, das stimmt. Müssen wir den mal suchen, oder? Ja. Was machen wir damit? Im September 2017 hat Maria Dominika in wenigen Stunden völlig verwüstet. Der Hurrikan der Klasse 5 habe kein Blatt an den Bäumen gelassen, berichtet man uns. Mit dem neuen Jahr scheint auch das Leben auf Dominika wieder neu zu beginnen. Die ersten Touristen kommen zurück, die Geschäfte sind wieder eröffnet und alles kehrt ein wenig zur Normalität zurück. Wir haben noch ein paar andere. Ich habe auch lange gehört. Man muss lange lutschen, dann schmeckt das gerne. Nein, die gehen nicht in den Zoo. Wir gehen in den Nationalpark. Mein Paar-Kitz ist meistens doch auch manchmal traurig. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Papi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020